wiederum herzlich willkommen bei duidyselfbeamer.com wir schauen uns heute das 250 watt hqi mh 250 watt lampenset an plus der zwei stück fc2 keramiksockel eine kurze definition die lampen sind also für die fc2 sockel 5100 kelvin das heißt erzeugt tageslicht diese lampe 19.000 bis 20.000 lumen ist der output lebensdauer 10.000 stunden ungefähr am uv schutz sehr gute qualität wir schauen uns die lampe ein bisschen näher an also sie sehen hier für die fc2 sockel gedacht und vorne sehen sie also den fc2 anschluss hier sind die fc2 keramiksockel mit diesem kabel ist fix integriert das sehen sie hier mit zwei stück anschlusskabel starke vde 5 kv silikon kabel die kabellänge jeweils ist 70 cm ein